Das Datum der Erstausstrahlung dieser Mii-Nachrichten war der 30. September 2020. Der Roboter-Konstrukteur Professor Baby hat den Medien einen neuen BBVA-Roboter präsentiert. Dieser Robo BBVA wurde bis ins Detail BBVA nachempfunden. Der BBVA-Roboter kann zwar seinen Kopf, seine Arme und seine Beine bewegen, aber er kann nicht gehen. Professor Baby erklärte in einem Presseinterview, Mein Ziel sind weitere Verbesserungen, um den ultimativen BBVA-Roboter zu erschaffen. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Das sind die Dinge, die das Leben erst interessant machen. Das war meine Idee, oder? Danke fürs Zuschauen. Ich bin Christi. Der 30. September war das Sendedatum dieser Mii-Nachrichten. Mein Vater. Auf! Und da war das Essen?